Oieieiei, schau mal, die Windmühle! Nein! Oieieieiei, die Windmühle! Nein! Sie schafft es nicht auf den Östigraben! Ja, zu viel Schub ist auf der Windmühle! Oh! Nein, das gibt es gar nicht! Schau die Fahrt! Aber es läuft! Und von dem her, es ist auch mal so ein Zelt, oder? Aber mit Sicherheit! Oh! Oh, ich höre schon wieder den Strahlmauer! Ich müsste ihn geraten! Die Franzose, Schatz vom Heft! Aber komm, aber dort ist auch ein Sprung! Und er ist immer noch drauf! Es war nicht eine Windmühle! Nein! Nein! Ein von Bara Croce! 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 trout Bara Croce! Bara Croce! Bara Croce! Bara Croce! Bara Croce! Bara Croce attitude! Ich finde den grossartig und das Karobat-Büchstchen jetzige Grad. Das Spiel ist eine Röstung. Jede Röstung muss ich spürzen mit Aromat. Maurizio, soziale Brüder, nationaler Grundnahdungspiel. Jede Röstung muss ich spürzen! Die Vorlage ist ein Schottisprung. Mit Blässe, gestalt sich die Mikro. Jetzt sind sie schon beim Schottisprung. Jetzt sind sie noch die Handigstil. Der Postal mit Melmen. Gruppe di Karneval mit dem Ballino de la Decorazio. So ein paar Regie, fahrdienst Röstigraben, das ist kein Problem. Mehr als solid, ich würde sagen richtig gut. Und da, die großen, sauberen Strom weistet. Und jetzt geht es dann um. Oh, hey, Strom! Mit dem Schachtrad. Oi, oi, oi! Die sind mit diesem Schwung raus. Sie sind ein wenig frustriert. Also ehrlich gesagt, sie sind ein wenig hundrad. In diesem Spot. Vorher der Zofferzieher. Hinten auch mit der Zagli. Das ist die Zagli. Ich habe nicht gesagt, Hegel. Wenn er recht ist, hat es die zwei Teile mindestens. Und die Schott ist froh. Souverän gemeistert. Und die Zagli hat ja angegeben. Oh, 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 oh. So fässig scharf ist das Geile. Oh, 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 oh. Super stolz, würde ich sagen. Wenn man sie interpretieren, wie sie die Zagli hat. So, dass sie sie aber nicht so trotzig... Oh, 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 sagen wir hier oben. Oh, oh, oh. Schau mal, ruckartige Lenkbewegung ist nie gescheit. Aber hey, das geht irgendwie. Es ist der Holzwurm so weit kommt. Irgendwie traut den Jungs. Aber das ist das Simmlichsteil, würde ich sagen. Schau dir das an. Immer noch die Rückkarte. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Schau dir das an. Oh, 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 oh. Wo ist er in der Holzfuhl? Er ist in die Strohbau. Oh, 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 oh. Es ist immer der gleiche Strohbau in der gleiche Hänge. Aber das hat er dann nicht davon ab. Der Holzfuhl. Noch schnell über den Käsehölbe ins Ziel. Jetzt röst die Krambe. Mit der... Oh, 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 oh. Und die Kompilote in hinten. Und jetzt sind also röst... Jetzt einen noch bei 1.71. Die Topzeit. Und das ist... Der Schimmel ist der Omelang knüpfen. Meine Güte, oder nein? Das ist... Der Schimmel ist der Omelang knüpfen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Die***er ist jetzt gerade auf dem Bröttingraben. Oh, bitte. Das kommt wahr. Das kommt gut auf dem Bröttingraben. Oh, nee! Oh! Mann, komm. Zieh ihn her. Und von Ihnen steht bei der Fahrer in den Voren nicht in die Wand fahren. So, und schau mal! Hingendrei kommt nochmal! Und das Dreibchen ist schön gestorben. Und jetzt müsst ihr einfach Lärm machen. So, das ist so... So, das ist so... Juhu! 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 Das ist ein kurzes Wort in der Rappen. Und so also die Mutscheiners. Sie sind unterwegs. Aber so etwas fangen gar nicht an. Sie sind ja richtig routiniert. Das ist das Gefallen. Mutscheinert mit. Spielt mit. Aber wenige haben das geschätzt. Und wir kommen von Manuel. In der ersten Rappen. Sie sind! Gross! Ecke, wo sie herkommen. Du siehst mal, wie es rumpelt mit dem Bild. Und die Gelegenheit hast, auf den grossen Einwand zu schauen. Und schon vorneweg. Grossartig! Und das gibt eine super Zeit. Sack! Zwei Minuten. Unter zwei Minuten. Echt! Oh Gott! Das hat kein Kostell. Oh Gott! Nein! Auf die Gelegen-Spieler! Die Gelegen-Spieler sind von hinten rein! Das gibt uns! Oberleks! Alle Smartphones sind züchtern und parat. Alle holden werden uns fest. Das gibt uns zu weinen. Alle Enden. Alle Enden. Alle im Ausgaben. Alle im Ausgaben! Alle im Ausgaben! Schaut mal! Schaut! Schau mal, fällt jetzt hier die neue Beste? Schau da, Onboard! Die sind ja sauberan! Ja, das ist die neue Lieder! Das muss die Lieder! Von der Löschung an, das sollten wir die Jumpern das Problem sein. Sauberan! Und da füllen wir sie mit, mit der ganzen... ...und das ist der Lieder der Treu. Komm mal, he! Wir fahren Passatopf, Manu! Wo ist denn? Hast du den Siegling bereit? Zum Abkissen! Wow! Oh! Oh! Fingifobil! Hallo! Und den Schwanz musst du schauen! Riggelschwanz! Auch Jim Fingy mit dem Röschingraben sauberan! Oh! 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 Die Jungs sind ja zum ersten Mal dabei! Seit Hüfteln! Oh! Die Hüfte ist ja normal am Röschingraben liegen, aber... Oh! 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 Das. Oh! 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 Ja! Oh! Und den Röschingraben ist schon... ...merschl fallend! Vor 7. Vor 1... Ich verwirr Das stimmt nicht! Aber der Punkt wird auch schön. Kannst du etwas abgeben? Ich mache mich einfach mal mit dir. Schau jetzt, schau jetzt, ein Gleick zum Rennen mit Fusch. Ich stehe hier oben und gehe dann so, ich habe schnell die Grossartige. Ja, weil liebe Zürcher Post-Auto-Fahrer, Bernd wäre gerne Zürcher Post-Auto-Auto-Fahrer. Er filmt hier oben den Bildschirm. Da geht ja so etwas von ab! Ein letzter Hit mit auf den Weg. Grossartig. Ja, das muss schon gut aussehen. Lukas und die sollen sich deutlich haben. So, Schoki-Sprung. Oh oh, und das ist das vermeidliche Ende vom Pimp My Ride. Ja, jetzt schauen wir mal an, es geht schon. Aber eben. Schoki-Sprung. Das ist das eine Doppelung. Chor-Sprung. Ich bin der Zürcher. Ich bin der Doppelung. Schau, wir müssen! Ist ein bisschen irre geschockert worden? Ja, das ist so, oder? Wir haben ja ein bisschen bis dahin, aber es sehen gar nicht von vorne. Du, Renu, und Andrew, und auch der Burg. Wenn das nur gut kommt... Und Hüftburg! Du musst jetzt mal schauen, wo du siehst! Ein Haus und ein Haus! Das ist aber... Und das mit der Bodenfreiheit, das wird zum Problem des Amstens. Schau mal, der Röstigraben! Wenn sie bis zu dir kommen, mal schauen! Sie kommen schon, sie kommen schon! Ja! Sie kommen schon! Also, komm! Es ist so, und das ist so, es wird schon gut! Du weisst, ich habe nichts zu vergeben. Und dann sind sie... Oh! 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 Ähh... Oh! Dann nur ganz süperli über die Schocki-Stücke! Oh! Oh! Da hat man schon mal ein paar Teile verloren, macht aber nichts. Das haben wir ja kein Geld. Später ist es so. Weisst du, dass es am Abend so viele Teile gefällt. Zwei Teile rein hier. Also du weisst, du kannst zwei Firmen runterkommen. Und du kannst noch den Astrum. Und dann ist es auch ein paar Steine. Ich würde sagen, es ist ein ziemlich guter Zeug. Und jetzt auf dem Schoppispruch. So, Manu. Lass dich abfeiern und ich komme gleich zu dir runter. Jetzt ist es einfach ein Steine. Hey, 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 hey.